Die Exodos-Geschichte Israels wird zu unserer eigenen Geschichte. Am Anfang war es der Ruf von Heiden, heute, beim Orient, beim Mord und Sternen, beim Aufgang, der Ruf nach Erleuchtung. Vielleicht der volkstümlichste Ruf, den wir von den Ohrentifonen kennen, denn wir sehen auch hier im Kirchen auch schon, Sterne waren sich breit gemacht. Die kleinen Lämpchen, die überall in den Fenster sind, sie sind hoffentlich Auskunft darüber, dass wir uns sehen nach Erleuchtung. Und sie kommt, nach christlicher Auffassung, nur von dem Einen, der das Licht vom Licht ist, wie wir oft im Abendbruch sehen. Das wahre Licht, wie wir am Weihnachtstag hören werden, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Aber immer greift die Ohrentifonen tief, tief in den Wunsch und Grund der Geschichte Israels, soeben auch mit dem kleinen Abschnitt, den wir hören durften. Aus dem Buch Nummer. Israel ist aus Ägypten ausgezogen und sieht ein, das gelobene Land. Ein langer Prozess. Israel ist zahlreich, so weiß es die Bibel zu sagen. Und im Gebiet Moachs angekommen, beschwert sich König Balak. Sie sind eine Blase, eine Heuschal. Sie lassen nichts übrig. Und er schickt ins Zwei-Sturm-Land einen Propheten zu rufen. Biliam. Das ist kein Juden. Kein Israelit. Biliam wird von Gott gehindert zu kommen. Dann kommt eine zweite Delegation. Jetzt kaum gefälligst, du musst die verfluchten. Gott sagt dann, geh mit. Aber du tust nur das, was ich dir sage. Und dann vielleicht, wenn sie ein bisschen im Gedächtnis kamen, werden ihnen diese schöne Begebenheit einleiten. Dass Gott sich das doch nochmal anders überlegt. Biliam auf seinem Esel reint, dorthin will nach Moach und Israelit zu verfluchen. Und der Esel geht nicht weit. Und er trischt hemmungslos auf diesen armen Esel rein. Er geht immer noch nicht weit. Bis er beim dritten Mal den Engel Gottes erkennt. Geöffneten Augen. Und sieht das Gott in Heimlich hinein. Und dann folgen, als er dort angekommen ist, gar nicht im Sinn seines Auftraggebers, der die Leiche schenkt. Keine Flüche, sondern vier Segenssprüche. Den vierten haben wir gewöhnt. Ein Stern geht auch in Jakob. Ich sehe ihn aber noch nicht mehr, sagt damals Biliam. Wir sehen ihn. Ganz ihm. Den mir das Licht bringt. Das Licht für alle Welt. Das Licht der Völker. Politisch geändert. Er ist nicht mehr derjenige, der irgendwelche Schräfen zerschmettert oder irgendwelche Scheitel, wie wir hier hören. Sondern der ein Reich von Frieden und Gerechtigkeit aufrichtet. Aber vielleicht ist es wichtig, wenn wir dieses vertraute Bild von der Erleuchtung noch einmal sehr persönlich verstehen. Noch einmal ganz für uns hören. Es gibt zu dieser Begebenheit mit Biliam einen kleinen Text von Silja Walter, den ich Ihnen vorlesen möchte. Ein Stern geht in Jakob auf. Herr, seit mir dein Stern aufgegangen ist über dem ganzen Lager meiner Gedanken und Gefühle, sehe ich, wer ich bin. Ich bin Biliam, der Esel, der Engel und der Stern. Und ich bin Israel. In mir geschieht die ganze Geschichte. Herr, seit mir dein Stern aufgegangen ist über meinem heidnischen Moab. Herr, seit mir dein Stern aufgegangen ist über alle schimmernden Zelten meiner Haare und Sehnsucht, erkenne ich, was ich bin. Ich bin Prophet und Tier und lobe also Licht und Schöpfung. In mir geschieht die ganze Geschichte des Heidens. Herr, seit mir dein Stern aufgegangen ist über meinem finsteren heidnischen Moabiter Tal, reite ich gerufen und gesandt zwischen den engen Straßenmauern meines Tages, auf dem Esel meines Unvermögens, über allen schimmernden Zelten meiner Wünsche und Sehnsucht, singend und stolpernd in deinen leuchtenden Willen hinein. Amen. 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 Amen.